Ah, Ben! Hi, Harald. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Wie läuft's an der Schule? Alles super, danke. Schön. Du, ich bräuchte mal deinen fachmännischen Rat als Polizist. Aha. Führerschein zurück. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schacke. Schule und hatte heute ihre neue Klasse zum ersten Mal. Also was gibt's so Wichtiges? Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Schule und hatte heute eine Klasse zum ersten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020